Innerhalb der Physik gibt es viele Kräfte, die Schwerkraft, die elektromagnetische Kraft, es gibt die Strong Force und Weak Force, die heißen in Deutsch auch so. Und innerhalb der elektromagnetischen Kraft ist die feinste und höchste Schwingung, ist das Licht. Und wenn wir uns ein bisschen an die Bibel richten, ist das Licht eigentlich von allen Kräften in der Physik die fundamentalste Kraft. Und wir wissen, die Erde funktioniert so, eigentlich brauchen nur zwei Kräfte hier zu sein. Wir brauchen Wasser auf der Erde und wir brauchen das Licht von der Sonne. Und diese zwei Dinge zusammen. Und da wollen wir einen tiefen Einblick gewinnen, wie wir das einmal feststellen können, wo Probleme sind. Und da ist unsere ART-Methode mit Sicherheit führend. Und das Schöne an unserer Methode ist, die uns geholfen hat, den Wert von vielen Dingen zu erkennen aus der Biophysik. Dazu gehört das elektrische Fußbad, die Saunatherapie, unser K-Scan, die Anwendung von Licht und vor allen Dingen vom polarisierten Licht beim Heilen und vieles anderes. Möchte ich einfach mal so der Reihe nach mit euch besprechen, auch ein bisschen, was es an Wissenschaft dazu gibt. Und freue mich darauf. Und für uns in unserem Fünf-Ebene-Modell vom Heilen gehört die Biophysik, ist die zweite Ebene. Und die wollen wir mal ganz genau anschauen. Und da können wir noch das haben. Untertitelung des ZDF, 2020